Was für eine Siegesserie, das ist schon aller Ebenwert. Der scheint im Moment wirklich unschlagbar. Ich bin mal gespannt, wie er hier seinen Reichweitenvorteil ausspielt. Er wird seinen Gegner mit seinen Klassik-Gerzen auf Distanz halten. Was meinst du? Ja, ich denke schon, das ist schließlich eine super Strategie, um sich selbst keine größten Gefahr auszusetzen. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Treffer haben wir den Platz. Das sind wir hier, die sind etwa selbst. Perfektes Timing. Und der Kick zum Kopf, harter Treffer. Ja, der hat seinem Gegner nicht aufgepasst und schon hat es geklingelt. Raus aus dem Clinch. Wir haben jetzt erstmal für Distanz.